hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal op glück und können mindestens wenn zeitpunkte aufnahmen am samstag haben wir 162 abonnenten stark was für eine geile zeit ohne scheiß dieses jahr ist youtube ja auf jeden fall bei mir läuft es ich hoffe euch auch nur nicht das bein hier runter aha witz ich weiß wir spielen heute noch mal am sonntag company team dead match weil mir hat das am samstag so gut gefallen dass ich danach entschieden habe das stand mal kurz aus dass ich danach entschieden habe hey wir machen noch eine runde für sonntag machen samsung sonntag euro company ich habe bock drauf ich hoffe ja auch und los geht's ich habe mich heute mal für umbrauch entschieden unseren spinnenmann oder spinnen hören wie will man es nennen ich habe keine ahnung aber ja und was ja auch ein cooler charakter auf jeden fall und deswegen machen wir heute umbrauch er habe ja auch gelesen alle waffen frei aus dem habe ich die waffe genommen ich weiß nicht um brasil automatisch hat die lmpx ich mag ich auch sehr ist eigentlich eher so glaube ich von mann wie heißt jetzt egal wir suchen die gegner haben wir aber gut weg rasiert was was ist jemand tot wo uns ja auf der anderen seite ok ich komme hin dumme idee kann hier nichts ausrichten nein war das double kill irgendwie ich bin tot wieso bin ich denn tot mein gott ich habe auch ein kill gemacht dass du mit aber wie meine leid leid ist mir leid sich ein rück geschossen habe ich mag doch die net match da ist der braucht der viel money bis ich habe ich habe nicht gesehen ich dachte sie ist noch auf der rechten seite weil recht auf dem radar was angezeigt wird und ich schwöre ich habe so einen blinden flexi geht an mir vorbei und ich bin tot ach komm schon ja aber hinter mir ganz safe die fixiert die fixiert keine gute idee das ist mir man ist der juke nicht kommen hätte ich bin ich ablenken lassen ich dachte gut zu den anderen wir haben gar kein zent fällt mir auf das ist okay okay müssen dass man die wache kompletten und was nehmen mit auf jeden fall das hier ja so ist doch besser jetzt habe ich ihnen das spiel okay wie sieht es aus killmäßig acht kills okay keine sorge wie ich bin der nähe ich will dich hoch aber ich dabei sterbe man werft doch nicht auf deine eigenen teammates leute du denkst dann konnte ich durch fenster kommt es wird auf ihre eigenen teammates allein ich krieg schaden dafür dass meine spinnen luft gejagt wird okay ist mir jetzt auch noch nie aufgefallen warum ich habe immer daneben geschossen warum wer hat mich getroffen wer hat mich nachträglich er hat sich die kugel von ihr verirrt oder was bis down schießt nicht mehr und ich sterbe wort okay das reicht mir noch nicht mehr kohle wieso krieg schaden wenn ihr keiner ist also ich habe extra nicht anvisiert ich habe extra nicht anvisiert ach komm schon kann ich was kaufen nix gutes okay okay jetzt reicht es jetzt ja lassen wir mal die spiele los hier ich habe keinen schaden gemacht ja ich sehe es doch man also mein team ist gerade wirklich unterlegen sie haben die bessere position ich verstehe es aber nicht abstehen mein und noch mal team entspringen nicht aus dem fenster mensch ich wollte gerade tausend mal hoch hier wer zur hölle macht ihr tot okay die lenzer ist op das ist schon klar als lenzer wirklich ein bisschen ok ich habe so probleme wirklich zu treffen und ich bin mir nicht mal ich werde gleich getötet oder nein okay ich will mir nicht mal sagen liegt dass der gegner wirklich so gut ist aber ihr kennt ja meine meinung zu campern man er jo 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 ich schwöre das kann nicht sein hinter mir und der person ist einer meiner leute wer zur hölle beschießt mich vor mir ist keiner also ist immer hier gerade los ist die leute sind nicht besser als wir sondern die cheater die rasieren uns ja so knallhart gefühlt ich mache keinen schaden alter wo der herr joker ja klar bro danke wir sind alter walter ist ja schon tot ja wo war die person nirgends die hat mich nicht gesehen oder gehört ich habe sie auch nicht umstehung gab jo cheater ehrlich okay sieht es ja gleich aus aber gefühlt entschieden die gewaltig alleine bin ich jetzt gerade im kreuzfeuer oder was irgendwie ja ich glaube hier ist nicht okay ich bin ich mache das was du machen sollst boom ich wollte gerade zünden und dann wurde ich schon gekillt ich schwöre ich sehe die person hinter nicht ich kann sie nicht ausmachen meine teammates raffen aber genauso wenig danke wieso viel ist ohne scheiß wir haben gespielt die person kraft nicht viel alter fein vereintes team schuss miss seit wann gibt es hier zehn vier war dann noch mal nicht der vierte claymore ja ich glaube der eigene typ macht das der da na der hat diese spreng fallen glaube ich okay ich habe kohle okay mehr geht nicht sehr schön auch mal noch fünf kills wir haben es gleich hinter uns ich schwöre ich schieße extra lange weil ich weiß man cheater lanza ist schnell aber noch nicht wenn sie sich nicht bewegt auch sie nur rennen war das eine gute idee noch mal ja es macht schon fanden auf jeden fall die gegner braucht noch ein kill zum sieg er kommt schon no way nein ich habe mein bestes gegeben alter das steht neben mir und klappt mir den kopf ich habe nicht mal mitbekommen nice okay cool warum nicht ja okay wir haben verloren das machen was soll man machen wir verlorener hat spaß gemacht ehrlich okay ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja lassen daumen nach oben da schreibt was die kommentare wirkt die glocke schreibt mal umbran die kommentare wenn ihr das video bis hierhin geguckt habt es wäre sehr geil ich war eine geile runde ich habe mich aufgeregt haben verloren auch so eine runde ich habe leider nicht auf meine kids geachtet scheiße aber egal der modus macht fun team match sechs gegen sechs macht auf jeden fall fan bin ich wohl dabei und wünsche euch hiermit noch einen schönen sonntag ich bin mit raus wir sehen uns jetzt bis zum nächsten Mal und wir sehen uns jetzt und bis zum nächsten Mal bei uns auf jeden fall